Nur eine spektakuläre Bewegung und Spieler samt Ball sind am Gegner vorbei. Mit dem Rainbow Flick ist das gar nicht so schwer und wir zeigen euch heute, wie dieser schöne Trick funktioniert. Mit dem Rainbow Flick hebt ihr den Ball über den Gegenspieler und lasst ihn dabei ganz schön alt aussehen. Dieser Trick funktioniert allerdings nur mit Spielern, die mindestens vier Tricksterne haben. Es ist also wichtig zu wissen, welche Spieler in eurem Team diesen Move überhaupt ausführen können. Im Spiel ist es dann ganz einfach. Rennt auf einen Gegenspieler zu, schnippst den rechten Stick einmal entgegen eurer Laufrichtung und danach zweimal in eure Laufrichtung. Schon habt ihr den gegnerischen Spieler überwunden. Und noch einmal. Auf einen Gegenspieler zu rennen, den rechten Stick einmal gegen die Laufrichtung und zweimal in Laufrichtung schnipsen. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch ziemlich effektiv. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017